Double Action 13 Fragen mit Major McFly Lorenz Büffel Seit wann trittst du am Ballermann auf? Heute das erste Mal Seit 2007 Warum bist du nach Mallorca gekommen? Warum nicht? Guck mich mal an Geile Antwort, Alter Ja, es gibt nur eine Party und die ist auf Malle Wie informierst du dich über die Insel? Ja, über Frauen Frauen und Malle, bitte Welchen Auftrag hast du hier? Meinen neuen Track mit Lorenz Büffel zu performen Bang, boom, bang Spaß, Spannung und natürlich Lorenz Büffel Wann war dein letzter Urlaub? Heute Bei mir auch Nenne drei Dinge, die dir auf Mallorca besonders gefallen Brust Jürgen Greves und Willi Herren Für mich auch Brust Ja, das sind zwei Dinge Und dass sie jetzt bei Big Brother ist Ich freue mich echt für sie Also ganz ehrlich, Maike, Brust Wahnsinn, das wird einfach so ein großes Ding, glaube ich Was ist deine liebste Freizeitaktivität auf Mallorca? Wichsen Zuschauen Als Duo? Dein Lieblingsstrand? Äh, Goldstrand Achso, ein Kleier Achso, ein Kleier Kommt Ah, es drängen Ich weiß nicht, immer nicht, ob das ein Geheimtipp ist Aber der ist echt schön, ehrlich Jetzt macht er wieder so, als ich weiß Das sind die, die hier schon zweimal waren Mit wem würdest du gerne mal an deinem Lieblingsstrand chillen? Torti Tornado Die Brust Beschreibe deinen perfekten Tag auf Mallorca Lorenz Büffel, mein Song performen Major McFly, nackt sehen und dann den Song performen Welches wäre dein Restauranttipp? Wie hieß es? Cell Blue Cell Blau? Achso, mein ich ja Von vorher mal ganz kurz noch beim Mega-In vorbei Kurz durch den Mega-Pack ins Don Quixote Und da gibt es die besten Pizzen und einfach alles, was ihr wollt Dein Lieblingsclub hier im Ballermann? Das ist eine Frage, Mega-Park natürlich Mega-Park, mein Herz schlägt für den Mega-Park Am liebsten trinke ich Wasser ohne Sprudel Apfelsaftschorle Quellen sie hier im Ballermann? Ja, das war ja